Mit einem Tuch, mit einem Glas und einer Münze. Und ich will die Münze wegzaubern. Also ich tue das Tuch drüber. Und tue es hin. Schauen wir noch, ob sie da ist. Die ist noch da. Schauen wir noch mal, ob sie da ist. Und jetzt zauber ich sie weg. Sie ist nicht mehr da. Und jetzt zauber ich sie wieder her. Wir tun das Tuch drüber. Schauen wir noch, ob sie da ist. Sie ist noch immer nicht da. Schauen wir noch einmal, ob sie da ist. Sie ist noch immer nicht da. Und Hokus Pokus Videobus, ich zauber sie jetzt wieder her. Und sie ist wieder da. Fertig.